hallo hier ist der gusor ich habe noch montag und ich nehme natürlich jetzt noch schön auf und jetzt ist es sozusagen ich sag mal zwei stunden nach dem video was über jose kam wegen dem tod von jose im gnadenlos klaren bloß dass ihr das mal so ein bisschen zeitlich auf dem zeitstrahl so ein bisschen hin und her schieben könnt dass ihr wisst was los ist also vielen vielen dank erstmal überhaupt an eure beileitsbekundungen und dass euch das halt nicht so egal ist oder so was einer schrieb ach so ja warum kurze kurzer cut noch mal dazu es geht darum nebenbei wurde mein google account gesperrt nicht irgendwie gehackt oder was auch immer sondern effektiv ist einfach ich gehe mal davon aus dass ich wirklich irgendein phishing oder spam zeugs auf dem rechner 38 kappa nice also irgendwas trojaner mäßiges auf dem rechner hatte was dann halt eben immer mails rumgeschickt hat beziehungsweise halt gespammt hat so ich dann zu denen doch geschrieben hier passt auf also ich habe ganz andere sachen zu tun als irgendwo rum zu spammen aber wisst ihr selber wird einem da nicht so wirklich geglaubt egal also sprich deswegen werdet ihr in der nächsten zeit eventuell keine kommentare von mir auf irgendwelche videos drauf haben muss dass ihr das wisst also ich kann ganz normal videos hochladen alles cool aber ich kann halt nicht kommentieren bloß dass ihr das wisst dass ihr nicht denkt was ist mit dem was ist das für ein uhrensohn sagt man ja auch neudeutsch immer so was ist das für ein penner warum schreibt mir nicht zurück bloß dass ihr das wisst so ansonsten was wollte ich noch sagen wie gesagt das ist eine ganz ganz wichtige sache an alle die die das dann mal sehen dass sich irgendwie dass einer fragt warum antwortest du nicht oder sowas bitte einfach reinschreiben in die kommentare hier guzuas account ist gerade down für zwei wochen ich dachte auch könnt ihr nicht irgendwie 24 stunden machen oder sowas nein warum denn nicht gleich zwei wochen fuck you so egal ist halt so fertig muss ich mit leben im allerschlimmsten fall muss ich den youtube channel neu machen aber das hoffe ich jetzt mal nicht davon gehe ich jetzt mal nicht aus also ich hoffe dass alles safe bleibt zack die ragen wir mal lieber noch ganz kurz muss dass ihr da halt wie sagt noch mal informiert zeit so poky jagd ist vorbei die war richtig richtig gut und die leute aus quantum forest haben uns unterstützt also weil ich will mich da hier nicht irgendwie schön in der wie soll ich sagen in dem glanz von jemand anderem sonnen das liegt mir absolut gar nicht darauf habe ich gar keinen bock und zwar sind die vorbei gekommen ich weiß gar nicht wie viele weil es war irgendwie mitten in der nacht wohl und da haben wir die top 10 geschafft das werde ich dann noch mal einblenden wenn ich nicht vergesse dass wir eben unter die top 10 in deutschland gekommen sind das war mehr als das ziel also ziel war ja am anfang wirklich top 50 wobei man echt sagen muss top 50 ist jetzt nicht so schwer top 10 richtig geile aktion vielen vielen dank noch mal an alle leute dafür und dann haben wir entschieden dann die poky jagd zu beenden was aber nicht heißen soll dass ich sage gut okay komm poky jagd ist vorbei ich höre dann auch auf nein ich möchte weitermachen also sprich für mich ist mein ziel auf jeden fall mindestens champ 2 wenn nicht champ 1 oder wie es zeitlich dann halt geht also ich will halt nicht die ganze zeit nur am zocken sein aber wenn es halt zeitlich machbar wäre würde ich auch probieren dass ich die tarn knacke aber wirklich auch nur mit queen walk weil ich habe das ja schon mit dem champ sehr gut gesehen dass es auch mega gefeiert wurde ganz klare nummer und ihr kennt mich ihr wisst dass ich das mit dem queen walk schon eine weile gemacht habe und das ist so wirklich mein ding mein style und das finde ich mega cool und von daher wird das wenn dann so weitergehen halt aber ein 38 kappa ist schon ziemlich geiler shit ja und ich fühle mich hier oben gerade echt wohl weil wirklich der liga bonus ist einfach richtig dabei also das ist richtig schön immer schön die fast 200 k wir werden es jetzt gleich sehen irgendwie 180k oder sowas ja genau Einfach noch mal oben drauf der loot selber war gar nicht verkehrt also was will man denn mehr leute 25 pokis ist natürlich mega nice ganz ehrlich das habe ich nur echt super selten ich habe schon probiert mit mit dem mit dem free spell dass ich halt wirklich auch in town hall 10 angreifen könnte aber es ist halt echt eine richtig schwierige nummer weil halt wirklich man gucken muss läuft die queen halt wirklich so wie sie laufen soll oder eben nicht und dann hat man da schnell mal richtig eine geröstete queen und das will keiner sehen das will absolut keiner sehen natürlich nur der gegner so jetzt habe ich dazu ein bisschen was geblabbelt so jetzt möchte ich gerne euch noch mal kurz zeigen also base aufstellung wird noch nicht geändert aber ich habe ein richtig gutes base layout gesehen vom the big one den könnt ihr auch wenn ich es nicht vergesse haue ich auch den link in die beschreibung rein aber the big one ist auch ein youtuber der für für meine fall also können Perfekt also ganz 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 weit oben also im gegensatz zu mir er muss bloß in meinen augen einfach noch so ein bisschen stock aus dem arsch kriegen also beziehungsweise man man kann natürlich jetzt sagen das ist genau richtig also jedem das seien also wenn wenn man natürlich jetzt sagt okay ich möchte es halt 1 a exakt schön erklärt haben und so weiter und so fort dann ist das vollkommen in ordnung dann ist er genau derjenige den man abonnieren sollte weil er auch wirklich richtig richtig scheiße viel ahnung hat ich saß mir halt einfach hey kack die wand an ich meine wenn ich irgendwas verkacke dann ist hat auch nicht schlimm so ihr wisst was ich meine also bei mir ist es so im lustigen stil gehalten und bei ihm ist es halt wirklich fakten 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 und immer an die leser denken sage ich jetzt mal so also wie gesagt absolut gar nicht abwerten keine sorge ansonsten könnt ihr den gerne mal abonnieren und der hat eine richtig geile base also sprich eine one star base außen herum alles wirklich komplett alles draußen und dann halt wirklich ein gebilde aus mauern gebaut ich guck mal irgendwie dass ich das irgendwie mal nach baue und das ist echt mega nice weil man denkt halt wirklich am anfang ja gut okay easy 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 und er hat mehrere Taktiken gezeigt wie er angegriffen wurde und die truppen laufen halt wirklich alle schön außen rum einmal und dann reicht die zeit am ende nicht mehr auf um halt wirklich rein zu gehen komplett und das ist natürlich mega mega nice also das ist auf jeden fall geil bloß ich bin ganz ehrlich gucken wir mal kurz in meinen devlog rein wenn ich jetzt mal gucke verteidigungs lock dann sehen wir nämlich ja okay hier wurden mir pokies geschenkt gut okay schönes ding aber zum beispiel eine ganz ganz enge kiste war der hier wo ich dann auch schon dachte alter du hast mal richtig richtig ärger aber der hat dann doch noch zwölf pokies bekommen weil ein magier überlebt hat ich hau die einfach mal rein weil da dachte ich echt alter wie bitte verkackt er das jetzt und die sache ist halt eben die zusätzlich mein kind schläft halt instant der ist halt wirklich dauerhaft down und wäre der jetzt noch dabei wäre das natürlich noch ganz anders ausgegangen dann hätte ich definitiv sogar noch die dev gewonnen so wenn ich also von einem gegner eventuell sogar noch dev pokies bekommen könnte dann will ich keine base bauen wo ich auf jeden fall 50 prozent also beziehungsweise gewonnen start werde ich glaube das versteht ihr hier wie gesagt mein dunkles steht immer noch draußen hier in dem fall wurde es natürlich auch wieder nicht gesnackt und hier halt wirklich der magier der halt wirklich alles gerissen hat wo er sich richtig richtig ja glücklich schätzen konnte aber wie gesagt ich sage immer hätte hätte fahrradkette ja wenn ich da noch eine bombe gehabt hätte ja wenn 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 ich hatte sie halt nicht da und fertig ist ganz klare sache also von daher hat der josh 22 halt einfach mal ein bisschen luck gehabt und das gebe ich offen und ehrlich zu und dann passt das auch so jetzt gucken wir mal ich habe noch was rausgefunden wo ich dachte ach das ist ja ziemlich nice weil ich merke dass mir momentan ja genau gehen wir mal darauf ich merke dass mir momentan einfach nur immer die spells fehlen und da habe ich mir gedacht okay dann könnte man ja einfach mal so machen dass man halt boost rein knallt in die zauberspruchfabrik und jetzt in dem fall hier in die kaserne wo ich sozusagen meine mauerbrecher vielen dank für die hexe wo ich die mauerbrecher und den das kleinzeug halt mache weil ich drei kasernen habe für die heiler jetzt kommt noch mal die frage weil ich jetzt das natürlich wirklich alles in dieses eine video halt beziehungsweise in die videos reinpacken muss weil ich halt nicht mehr auf die kommentare antworten darf darf ja ja von google aus darf ich es ja nicht mehr einer schrieb warum nimmst du nicht mehr heiler ja wie gesagt bitte bitte aufpassen seit dem letzten update geht das halt nicht mehr wirklich also sprich probier es bitte selber wenn du jetzt sagst gut okay komm ich knaster hier einfach mal neun heiler rauf dann hast du natürlich den vorteil dass wenn du boost beziehungsweise in rage rein knallt dass dann natürlich richtig episch was abgeht dass die queen gleich wieder richtig geheilt ist aber ansonsten ist es halt wirklich so die anzahl beziehungsweise die die stärke der heiler nimmt exorbitant lässt die exorbitant nach und von daher ist es natürlich dann doof sowas so wie gesagt hier fünf jams hier fünf jams und dann wenn es so sein sollte wenn die queen down gehen sollte dann eventuell da noch fünf jams und dann bin ich nur bei 15 anstatt bei 20 30 und das läuft ganz gut denke ich mal und dann kann man halt eben öfter boosten und dann passt das auch so also wie gesagt vielen vielen dank noch mal für die anteilnahme halt an rossi ist tot einige haben geschrieben beziehungsweise nicht einige aber wenige haben geschrieben dass sie gesagt haben ja gut okay wen interessiert das wenn ein anderer stirbt dann ist das auch egal ist vollkommen richtig das stimmt aber die sache ist die ich habe davon mitbekommen und es ist halt einfach so ich bin auch familienvater und ich habe mir einfach wirklich gedacht wie gesagt für ihn kann man nichts mehr tun das ist eine ganz klare geschichte das ist aus und vorbei und fertig er kommt unter die erde so hart wie es sich anhört oder wird verbrannt wisst ihr ja selber wie das halt abläuft so da ist vorbei ganz klare sache aber ganz ehrlich setzt versetzt euch mal bitte in die lage ich sage jetzt mal zum beispiel ihr seid ja meistens jünger als ich ich sage jetzt mal irgendwas zwischen 10 und 16 sage ich jetzt mal im normalfall überlegt euch mal euer vater hat zum beispiel auch coc gespielt jetzt bestes beispiel und es ist halt wirklich so ich kenne seine finanziellen verhältnisse auch nicht ist es kann theoretisch kann es sogar sein dass es heißt gut okay der hatte geld wie heu ok bin ich der letzte der jetzt sagt ich wollte helfen dass irgendjemand abgezogen wird oder sowas absolut gar nicht aber fakt ist es halt eben wenn es halt nicht so sein sollte dass halt der familie wirklich irgendwie dieser wenn sie schon den schmerz hat dann halt wirklich wenigstens finanzielle spritze halt dafür gegeben wird und das war halt einfach nur der sinn und zweck der sache mit diesen worten wollte ich das video dann auch schon beenden ja ich hoffe es hat euch gefallen und wie gesagt denkt bitte dran wenn auch einer nachfragt warum kommentiert er nicht ihr wisst es ich kann gerade nicht kommentieren für ganze zwei wochen lang es sei denn die geben mein account schon früher frei mal schauen ich wünsche euch was und ihr haut rein ciao ciao